Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Emmy Rossum, 36, stellt sich hinter ihre Freundin. Schauspielerin Hilary Swank, 48, offenbarte erst am Mittwoch ein süßes Geheimnis, sie wird Mama von Zwillingen. In einem kurzen Clip zeigte sie im Netz nun auch stolz ihren Babybauch. Da die 48-Jährige zum ersten Mal Mutter wird, ist die Freude entsprechend groß. Doch nicht jeder gratulierte ihr, einige Follower kritisierten ihre späte Schwangerschaft. Hilarys Freundin Emmy machte den Hatern jetzt eine klare Ansage. Als Hilary ihre Babykugel auf Instagram präsentierte, häuften sich in den Kommentaren die Gratulationen. Aber dazwischen fanden sich auch ein paar Follower, die die werdende Mama aufgrund ihres Alters angriffen. Bist du nicht schon fast 50? Du wirst in den 70. Das ist Gansham. Dann schreibt uns auf unsere Kanal und schreibt uns auf die Beile und schreibt uns auf die Beile und die Freunde und Familie. Vielen Dank für die Beile. Vielen Dank für die Beile.